Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Ich möchte euch heute SwagArch vorstellen. Im Livestream mit dem Sean von Linux Guides habe ich ja schon mal mit ihm zusammen das Ganze ein bisschen angeschaut, aber das war ja am Schluss vom Stream und es war ja auch nur ein bisschen oberflächlich und vielleicht ist es auch untergegangen. Und weil mir das Ganze sehr gut gefällt, habe ich mir gedacht, ich mache ein extra Video über SwagArch. Im Livestream mit dem Nick haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, was die Vorteile sind, wenn man Arch so richtig pur installiert, über die Kommandozeile, wenn man sich die ganzen Anwendungen über die Kommandozeile einrichtet und wenn man auf diese ganzen grafischen Interfaces verzichtet. Das ist auch alles okay und sehe ich auch ein, nur ist es natürlich so, dass das einen Einsteiger, Umsteiger, Anfänger wahrscheinlich eher abschreckt, es einmal mit Arch zu versuchen. Und daher finde ich es dennoch recht schön, wenn es auch Arch-Systeme gibt, die ein bisschen zugänglicher sind und wenn man dann ein bisschen drin ist in der ganzen Materie und Arch vielleicht auch kennen und lieben gelernt hat, dann kann man sich ja noch mit diesen Details beschäftigen. Also ich finde es recht schön, was hier mit SwagArch geglückt ist. Es ist tatsächlich sehr einfach zu installieren. Man hat es sofort auf dem Rechner und es ist, sagen wir mal, minimal eingerichtet. Wir haben hier einen sehr hübschen XFCE-Desktop, wie ich finde, den man auf den ersten Blick gar nicht als Sochen erkennt. Es schaut ein bisschen aus wie Gnome oder wie Budgie hier oben mit der Leiste und unten haben wir ein schönes Stock. Und von daher hat XFCE bei mir wieder Punkte gesammelt, wenn man sich SwagArch anschaut. Wir haben hier das Whisker-Menü, das ist klar. Und dann schauen wir mal, es ist letztendlich nicht viel installiert. Das ist Gimp, ein Bildbetrachter. Dann haben wir den Firefox-Browser. Im Multimedia-Bereich haben wir Rhythmbox und VLC und XFBurn. Und das war es im Endeffekt auch schon. Es ist keine Bürosoftware hier installiert. Die muss man selber nachinstallieren. Das macht man hier oder ist hier vorgeschlagen mit dem PEMEC. Den haben wir uns ja auch mit dem Nick ein bisschen angeschaut. Das ist dieses Ding hier. Und da hat der Nick ja auch die Nachteile gesagt, weil man hier eben nicht so genau weiß, was man genau macht. Aber auch hier finde ich ganz genauso, dass es für einen Anfänger erst einmal ganz schön ist, wenn er hier ein bisschen rumsuchen kann, was er denn möchte. Und hier sieht man zum Beispiel, was alles installiert ist. Und hier kann man eine Suche starten. Und da ja kein Office installiert ist, könnte man hier zum Beispiel jetzt Libre eingehen. Und dann würde hier LibreOffice erscheinen. Mit den ganzen Sprachpaketen. Arabisches Language Paket, Afrikaans. Und da müsste man sich natürlich jetzt auch das deutsche Language Paket suchen. Wo ist es denn? Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt blind, aber es taucht schon irgendwo auf. Weil jetzt bin ich ja eigentlich schon vorbei. Ja, okay. Das wäre das hier, wie man etwas nachinstalliert. Dann haben wir hier einen Update Manager. Und der sagt mir jetzt, ich kann etwas aktualisieren. Deswegen ist das hier oben rot. Und das wird jetzt mal eingelesen. Und ich werde jetzt dann gleich die Information bekommen, was da alles geht. Und bis er das gemacht hat. Also das sind jetzt die ganzen Pakete, die hier im Moment abzudaten wären. Also man sieht, das ist jede Menge. Denn es ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, als ich das hier mir installiert habe in der VirtualBox. Und wenn ich jetzt auf Übernehmen gehen würde, dann würde er das jetzt machen. Aber es ist ziemlich viel. Und von daher, also zum Beispiel auch die Pac-Man Mirror List, Pemec AOR, alles wird hier abgedatet. Und ich schaue jetzt mal ins Terminal, damit man sieht, was das überhaupt ist. Wir haben hier einen Kernel 4.11. Das ist natürlich schon sehr, sehr aktuell. Und ich vermute mal, dass wir eventuell auf 4.12 gehen, wenn wir hier updaten. Das weiß ich aber jetzt nicht sicher. Und das kann ich jetzt auch nicht suchen, weil das ist jetzt ein bisschen arg viel. Und wie gesagt, wir haben XFCE. Und wir haben Arc, Darker als Thema. Icon Theme haben wir Vibrancy, Full Dark. Und als Fond haben wir Droid Sans. Und von daher, das schaut gut aus, finde ich. Wie ihr seht, reagiert das ganze System auch sehr schnell. Es verbraucht auch nicht viel RAM. Es ist also in allen Punkten sehr sparsam. Und natürlich kann man hier die Leiste, wie das halt bei XFCE so ist, für sich selber konfigurieren. Also wenn die gesperrt ist, geht das nicht. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte senkrecht. Ja, ich möchte hier das ganze Erscheinungsbild, den Hintergrund der ganzen Leiste verändern, die Deckkraft und so weiter. Ich kann das Ganze größer machen, ich kann es kleiner machen, ich kann zwei Zeilen erzeugen lassen, ich kann es verkürzen. Hier sieht man dann eine kürzere Leiste. Oder ich zeige das mal mit den Zeilen. Dann hat man jetzt das Ganze in zwei Zeilen. Oder man vergrößert auch hier das ganze Ding. Ich habe das jetzt mal ganz extrem gemacht. Bei 27 war das voreingestellt. Ja, okay. Das war dieses. Dann haben wir hier unten das Dock. Und da muss man immer ein bisschen suchen, bis man da reinkommt. Und auch das kann man verändern. Das hat verschiedene Themen. Mathe ist eingestellt. Ich kann es aber auch transparent machen, was mir sehr gut gefällt. Hier geht die K-Plus. Die Ford. Oder Cole. Da ist hier unten dann so ein schwarzes Ding. Oder eben, dass das ausgefüllt ist. Und die Position können wir verändern. Wir können sie natürlich auch links machen. Und wir können sie rechts machen. Und wir können sie auch oben machen. Was aber in dem Fall sicherlich keinen Sinn macht. Und auch hier können wir die Symbolgröße wieder kleiner und größer machen. Die ist jetzt auf 48. Und man sieht, das kann ich sehr, sehr groß machen. Also, das finde ich schon nett. Und ich kann es auch sehr, sehr klein machen. Also, es ist jede Menge hier, was man machen kann. Und das finde ich eigentlich recht schön. Hier können wir das Ganze intelligent ausblenden. Und wir können es automatisch ausblenden. Und wir können den Fenstern ausweichen. Wenn man also ein Fenster aufmacht, das größer ist. Das kann man auch machen. Man kann eine Verzögerung einschalten oder ausschalten. Wie lange es also dauert beim Einblenden und beim Ausblenden. Das kann man extra machen. Und hier sind noch die verschiedenen Docklets. Hier haben wir die Einstellungen für den LightDM Anmeldebildschirm. Und da sieht man auch, man kann sehr viel machen. Man kann das Thema verändern. Man kann die Symbole verändern. Man kann die Schriftart verändern. Man kann ein Benutzerbild entweder aus- oder einschalten. Man kann verschiedene Bilder im Hintergrund wählen. Oder nur eine einfache Farbe. Und dann kann man hier auch die Leiste verändern. Man kann die Position verändern vom Fenster. Und hier natürlich einiges noch für Barrierefreiheit. Wenn man das möchte. Das ist aber jetzt im Moment nicht aktiviert. Das hier ist der Dateimanager. Und der schaut auch ziemlich schick aus, finde ich. Und ich muss mir wirklich dieses Icon-Theme mal ein bisschen anschauen, weil mir das wirklich gefällt. Das kann ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht auch in mein System irgendwie reinhole. Das schaut irgendwie sehr ästhetisch aus, finde ich. So, das soll es auch schon gewesen sein. Das war so ein kleiner Einblick in ein System, das ich wirklich schön finde. Und das ich wahrscheinlich wirklich mal auf eine separate Festplatte schmeißen werde und ein bisschen in Langzeittest ausprobieren werde. Unter realen Bedingungen und nicht bloß in der Virtual Box. Und ich denke, das wäre für mich ein schöner Einstieg in die Arch-Welt. Und zwar mal so richtig. Denn ich hatte bisher Arch-Systeme außer einmal Manjaro nur in der Virtual Box. Aber ich hatte es noch nie länger laufen. Und ich muss mich da mal ein bisschen reinfieseln in die ganze Sache. Und dazu brauche ich einen schönen, glatten, wunderbaren Einstieg. Und ich denke, mit Swag Arch hat man den. So, das war es für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe.